Ja, wird immer weiter weggeräumt. Da könnt ihr mal, ne? Oh, Arme. Ja genau, den ganz armen Blick, ne Stella. Ja, ganz furchtbar, ne Stilli. Alles so frecklisch hier, ne? Oh, ja, ja, ja. Kleine Muckelmaus. Guck mal hier die Sprühköpfchen. Ja, kann ich mich gleich mal ausprobieren, ne? Ob das auf die Glasreinigungsflasche passt. Weil da ärgere ich mich immer, wenn ein Katzenklo sauber macht. Dann mache ich gerne, wenn das Pipi bis auf den Boden durchgegangen ist. Halt mit Glasreiniger doch ein bisschen wegmachen. Und jedes Mal habe ich danach alles klitschnass, weil das so aus dem Sprüher rausläuft. Ah, ja. Guck mal, so viele Süßigkeiten, ne? Ne, Pipi? Stella, nein. Wir knurren nicht, wenn die Katzen kommen, meine Maus. Nein, wir knurren nicht, wenn die Katzen kommen. Ach, die haben immer so weiche Ohren. Ich könnte ja den ganzen Tag so machen, ne? Aber die Stella findet das nervig, ne? Du nicht, ne? Oh, deine Ohren knete ich immer den ganzen Abend beim Fernsehen gucken, ne? Oh, ja, die hat aber auch süße Öhrchen, ne? Deine Öhrchen auch, ne? Mh, mit Löckchen, ne? Mh? Kleine Maus. Ja, hier. Mh, hier nochmal von. Mh, die sind nochmal zur Zahnpflege, da könnt ihr ein paar Tage nochmal, ja, Geschwister und nur am Zanken, ne? Mh? Was ist los, Pipi? Ich halte fest, kann es gehen. Mh? Ja, was denn? Das ist dein Bruder, den du da anfauchst. Ich verstehe das nicht wirklich. Wir haben sich in dem ganzen Leben irgendwie nur als Babys richtig verstanden, ne? Ja. Mh? Püppchen? Tja. Richtig, eine richtige Zicke ist das dann. Eine richtige Zicke. Hier die Schieren, schön blau sogar, ne? So, den hängen wir gleich auf. Hier, ich denke, das müssen wir einmal durchfaschen. Und dann aufs Katzenbittchen, ne? Ja.